Vielen, vielen Dank für die Einleitung und für die Einleitung, Alessandra, vielen Dank an das GWÖ-Team, dass wir hier Teil sein dürfen beim MDGW Business Breakfast. Große Worte, als ich dir zugehört habe, Alessandra, das klingt schon alles sehr gigantisch groß, so was wir da irgendwie vorhaben. Ich muss auch gleich ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen die Luft rausnehmen, alle, die sich jetzt erwarten, dass wir irgendwie so Geheimrezepte da verraten können, dann, nö, haben wir nicht und ich glaube, die gibt es auch nicht und ganz grundsätzlich kann man mal sagen, und da gehe ich auch ein bisschen drauf ein, also ich möchte gerne so ein bisschen Grundlagen dafür schaffen für Storytelling, dass wir Menschen sind einfach geborene Geschichten erzählt, also das ist einfach in unserer Natur gelegen und das ist jetzt überhaupt gar nichts, was wir, also natürlich gibt es ja Methoden, um das weiter im Detail zu erarbeiten und zu entwickeln, aber ganz grundsätzlich ist das eine Eigenschaft, die uns allen Menschen zugrunde liegt und deswegen gibt es ja dieses Geheimrezept eben nicht, aber ich möchte gerne, bevor ich auf das Thema Storytelling eingehe, mich nochmal, weil es ja euch heute auch heißt, wie erzählen wir unsere Geschichten, mich gerne euch nochmal wirklich im Detail noch mehr vorzustellen, jetzt hat Alessandra schon einiges vorweg gegriffen, also ich bin Philipp, Philipp Exler, gerne per Du, ich komme aus einer Arbeiterfamilie in Schwaben, im Schwabenländle, ganz klassischer Mittelstand, meine beiden Opas waren Heimatvertriebene aus Böhmen und mussten sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit viel Fleiß und mit viel Bescheidenheit wieder was aufbauen und das hat mich in meiner Kindheit sehr geprägt, also ich wusste schon immer, dass ich was tun muss, wenn ich was erreichen will und zwei Generationen später war ich dann auch das erste Arbeiterkind, der erste aus der Familie der Abitur gemacht hat und studieren geht, das war noch nicht mal unbedingt, weil ich das wollte, sondern für mich war das eher so eine gefühlte Erwartungshaltung, dass ich ja was aus mir machen muss, wenn sich alle schon so viel Mühe geben und so fleißig arbeiten und die ersten Jahrzehnte hatte ich für mich in meinem Leben jetzt keine eigene Vision, also ich bin eher so, ja, bin durchs BWL-Studium gestolpert, ich bin in meinen ersten Job bei Air Berlin reingerutscht, ich war schon immer ganz gut in dem, was ich gemacht habe, aber das war nie wirklich so mein eigenes und gerade bei Air Berlin hat sich bei mir eine ganz große Unzufriedenheit aufgetan, also ich habe Marketing dafür gemacht, dass Leute, habe Begehrlichkeiten dafür geweckt, am Wochenende nach Mallorca zu fliegen, damit man das Gefühl hat, dass man ein erfülltes Leben hat und das hat in der Zeit, dann habe ich mich auch viel mit ökologischen Themen beschäftigt und ich habe irgendwie gemerkt, okay, ich will nicht mehr meine Lebenszeit in einen Job investieren, der ökologisch ja eher problematisch ist und ich war ganz schön in der Krise und eine große Inspiration in dieser Zeit war für mich der Professor Mohamed Yunus und seine Idee vom Social Entrepreneurship, ich fand es einfach genial, wie man sich überlegt, wie kann man denn Wirtschaften mit Sinn und Wohl von Mensch und Planet einfach verbinden und Wirtschaften zum Wohl von Mensch und Planet machen und das hat mich sehr, sehr stark beeinflusst und hat mich auch sehr neugierig gemacht, also ich bin selber aktiv geworden, habe Forstory als Social Startup mitgegründet, wir waren dann in München in der Gründungsförderung der Social Entrepreneurship Akademie und ich war einfach neugierig darauf, ob wir das schaffen, mit meinen Mitgrünern, mit dem Alex Conrad und David Hahn, ob wir das schaffen, Unternehmen aufzubauen, das wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele vereinbart und das ist auch, wie Alessandra schon meinte, schon immer noch mein persönlicher Antrieb, also mich interessiert das auch, wie man Menschen ins Handeln bringt, aber auch, wie man vermeintliche Gegensätze vereinbaren kann, also so im ganz Großen wie auch ganz persönlich in meinem Leben, also so Wirtschaftlichkeit, Wachstum und Wohlstand mit Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit zusammenbringen und aber auch im Kleinen, ja, jetzt haben wir gestern Erfolge eingefahren, trotzdem, wenn man sich die allgemeine Lage anschaut, kann man schon Zukunftssorgen irgendwie haben und sich auch fragen, okay, wohin führt das und gleichzeitig möchte ich aber ja auch unbeschwerte Zeit mit meinen zwei Kindern haben, die nicht immer überschattet ist von der dunklen Zukunft. Die Art und Weise, wie ich mich euch jetzt gerade vorgestellt habe und deswegen habe ich es auch jetzt nochmal in dieser Ausführlichkeit zelebriert, war direkt oder ist eine Storytelling-Methode, das ist die 90-Seconds-Backstory, also sollten, waren vermutlich ein bisschen mehr als 90 Sekunden, aber sollte eigentlich 90 Sekunden funktionieren, die auch super, super gut im Unternehmenskontext eingesetzt werden kann und diese Methode, die geht zurück auf den Unternehmensberater und Kulturanthropologen Michael Margulis, der auch Unternehmen wie Google und Facebook berät und die dort im Einsatz für Storytelling einfach genutzt werden und das Ziel von dieser 90-Seconds-Backstory ist es, in kurzer Zeit Vertrauen bei einem Gegenüber aufzubauen, also die Geschichte, die wir über uns beziehungsweise die Unternehmen über sich erzählt, die es entscheidend über das Vertrauen des Kunden, Kundinnen, Mitarbeitende und die Öffentlichkeit zu uns hat und daher schaut man einfach, dass man in dieser Backstory in Kürze vier Leitfragen folgt und mit vier Leitfragen im Endeffekt auch zu einer persönlichen Erzählung kommt und ja auch schon direkt zu einer Biografie und die Backstories, die helfen dem Gegenüber einfach hoffentlich zu verstehen, wo jemand oder wo ein Unternehmen herkommt und wie diese Person, wie dieses Unternehmen auch in die Zukunft schaut, also was sie beschäftigt, was sie umtreibt und ihr könnt es auch für euch einfach mitnehmen und ausprobieren, weil die 90-Seconds-Backstory hangelt sich ganz banal an vier Fragen entlang. Wir starten mit der ersten Frage, woher kommst du? Das kann man hier links und rechts nach Menschen und Unternehmen aufgesplittet. Bei einer persönlichen Geschichte, der persönlichen Backroad-Zeiten, bei Unternehmen ist es dann meistens die Gründungsgeschichte, Geschichte über Werte, wie hat sich ein Unternehmen über die Jahre entwickelt. Die zweite Frage, wer hat dich beeinflusst? Weil auf der persönlichen Ebene gibt es ja dieses afrikanische Sprichwort, auf welchen Schultern stehst du, also welche Mentorinnen haben einen beeinflusst, aber auch wogegen hat man rebelliert? Und im Unternehmen können das dann auch Mentorinnen, halt UnterstützerInnen, PartnerInnen, wer hat zum Erfolg beigetragen? Es ist super wichtig, von diesen Personen auch zu erzählen. Die dritte Frage, worauf bist du im Leben neugierig? Bei der persönlichen Vorstellung können das Projekte, Themen, aber auch Menschen sein, worauf man einfach neugierig ist und in der Unternehmensebene sind diese großen Fragen, wohin möchte sich das Unternehmen denn entwickeln? Also welche Produkte, welche Projekte stechen besonders hervor? Was möchte das Unternehmen erreichen und wen möchte es auch erreichen? Wen möchte es anziehen? Wer ist die Zielgruppe? Worauf ist man neugierig? Wen möchte man kennenlernen? Die vierte und letzte Frage ist dann die Frage danach, welches Rätsel man versucht zu lösen? Also was ist der ganz persönliche Antrieb, die Grenzen, die man sprengen will? Und das wird dann ja eben schon sehr persönlich und für Unternehmen auch eine riesengroße Frage, natürlich nach der Zukunftsvision, also nach immer wiederkehrenden Herausforderungen, in denen sich das Unternehmen stellt und die ja auch damit sehr, sehr stark auf die Identität des Unternehmens einwirken. Die 90 Seconds Backstory ist eine sehr, sehr simple und gleichzeitig aber sehr powervolle Methode, die dabei helfen kann, die eigene Geschichte oder auch die Geschichte von Unternehmen zu erzählen. Das probiert es gerne mal aus. Wir haben auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn es auch in der sehr frühen Phase von Unternehmenskommunikation darum geht, erst mal zu verstehen, okay, wer sind wir eigentlich? Dann diese vier Fragen von mehreren Mitarbeitenden mal beantworten zu lassen, mit Blick auf das Unternehmen natürlich und dann mal abzugleichen und rauszuschauen, was für Geschichten denn über das Unternehmen eigentlich überhaupt so in den Köpfen der Mitarbeitenden unterwegs sind, um einfach mal rauszufinden, okay, wer sind wir denn eigentlich? Weil auch da muss man sagen, gerade wenn es dann in die Identitätsarbeit geht, ist Storytelling, sind narrative Methoden, super wertvoll, um sich einer Identität auch zu nähern. Und da wieder diese große Frage, warum Storytelling, warum solltet ihr in euren Unternehmen Geschichten erzählen? Und vor allem dann ja, wenn es hier im GWÖ-Kontext um nichts Kleineres geht, als darum ein komplett neues Wirtschaftsmodell einzuführen. Und da habe ich hier mal dieses Zitat mitgebracht von Sartre, der gesagt hat, wir verstehen alles im menschlichen Leben durch Geschichten. Und da kann man auch weitergehen. Und da würde ich einen kleinen Exkurs noch machen, dass man sagen kann, wir leben ganz einfach in einer Welt der Geschichten. Und wenn wir uns jetzt anschauen, warum das so ist oder was es uns für Vorteile bringt, kann man sagen, wenn wir uns in Gruppen bewegen, die kleiner sind als 200 Personen, dann ist alles super easy. Dann behalten wir Menschen einigermaßen den Überblick. Wir können zu jedem Individuum in dieser Gruppe irgendwie eine Art von Beziehung aufbauen und wir können die Personen hierarchisch einordnen und können ein Zusammenleben miteinander gestalten. Sobald die Gruppen aber größer werden als 200 Personen, wird es super, super schwierig. Und hier kommen dann eben Geschichten ins Spiel. Und ich denke, die meisten von euch kennen sehr, sehr wahrscheinlich den israelischen Historiker Yuval Noah Harari. Wer den nicht kennt, ganz, ganz große Empfehlung. Und der beschreibt, die Erfolgsgeschichte der Menschheit über ihre Gabe, eine Sprache und einen gemeinsamen Bedeutungsraum für fiktive Dinge gefunden zu haben. Also wir haben eine Sprache, aber können mit dieser Sprache eben nicht nur über Dinge sprechen, die es sind, sondern auch über fiktive Dinge sprechen. Und diese fiktiven Konzepte, die schaffen bei uns Gemeinschaft, geben Identität und wirken für uns Menschen Sinn stiften. Und das sind natürlich nichts anderes als Geschichten, nichts anderes als Narrative. Und Beispiele dafür sind natürlich sowas wie die Menschenrechte, wie Nationalstaaten, Konzerne, die auch nur, ja, oder die nur bestehen durch Erzählungen. Währungen, die nur dadurch bestehen, dass genügend Menschen daran glauben und dieser Erzählung auch Folgen und Vertrauen schenken. Und auch so große Narrative oder Erzählungen wie der amerikanische Traum, also diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, also dieses große Narrativ, dass wir das alle irgendwie schaffen können, und dass wir alle mit den gleichen Möglichkeiten ausgestattet sind. Wenn wir uns nur genügend anstrengen, dann schaffen wir das eben auch, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden. Und diese Geschichten, die helfen uns Menschen dabei, dass eine Kooperation von Millionen von Menschen untereinander möglich ist, die sich noch nie in ihrem Leben überhaupt persönlich begegnet sind. Also mit diesen fiktiven Konzepten und Denkmustern navigieren wir uns durchs Leben. Alles, was für uns Menschen wünschenswert und möglich erscheint, das hängt von diesen Denkmustern ab, von diesen Narrativen, in denen wir uns bewegen und in den Narrativen wir natürlich auch nach Lösungen suchen. Und wenn wir uns jetzt die GWÖ anschauen, dann geht es im Kern ja genau bei der GWÖ genau darum, neue Denkmuster zu schaffen, in denen wir dann eben auch ja neue Lösungen finden können. Also der Christian Felber, ihr kennt das bestimmt alle, der sagt, unser jetziges Wirtschaftssystem steht auf dem Kopf. Das Geld ist zum Selbstzweck geworden, statt ein Mittel zu sein für das, was wirklich zählt, ein gutes Leben für alle. Und das ist ja dann eben genau auch das, die Überlegung, okay, wie schaffen wir das denn, neue Denkmuster zu etablieren, neue Narrative zu etablieren, im besten Fall eben ein neues Narrativ in Ergänzung zu dem global vorherrschenden Narrativ der ökonomischen Sinnstiftung, jetzt im ganz Großen und Ganzen. Was darum geht, dann wirklich Gesellschaft zu verändern. Und gleichzeitig, auf der Mikroebene geht es uns ja darum, geht es euch ja darum, mit euren Unternehmen Menschen mit auf eine gemeinsame Reise zu nehmen. Also Mitstreiterinnen zu gewinnen, Kundinnen zu gewinnen, Mitarbeitende zu gewinnen. Und dafür muss immer Vertrauen aufgebaut werden. Und Geschichten sorgen ganz einfach dafür, dass verschiedenste Hormone ausgeschüttet werden. Also unser Gehirn reagiert auf Geschichten, indem es Hormone ausschüttet, indem es uns die Geschichten auch fühlen lässt. Unter anderem zum Beispiel auch das Hormon Oxytocin. Und Oxytocin reduziert Stress und Angstgefühle. Das macht uns Menschen empathischer und lässt uns schneller anderen Menschen vertrauen. Das ist unter anderem auch das, also das ist auch so genannt im Volksmund als Kuschelhormon. Ohne Oxytocin wäre zum Beispiel eine menschliche Geburt überhaupt gar nicht möglich, weil es einfach dann ja auch in den ersten Schritten auch für die Bindung zwischen Mutter und Neugeborenen führt. Also ein super, super starkes Hormon. Und dazu wurde an der ETH in Zürich ein super spannendes Experiment durchgeführt. Also die Wissenschaftlerinnen dort, das waren Ökonomen und klinische Psychologen, die wollten herausfinden, ob Oxytocin das Verhalten von Investoren verändert. Also ob das Hormon nachweislich einen Einfluss auf die Risikoeinschätzung und ein wirtschaftliches Verhalten hat. Und dazu haben sie an der Testgruppe Oxytocin mit einem Nasenspray verabreicht und gleichzeitig natürlich eine Vergleichsprobandengruppe nur eine Placebosubstanz über das Nasenspray verabreicht. Und die Probanden, die das Oxytocin, beziehungsweise alle Probanden, bekamen dann eine definierte Summe Geld zur Verfügung gestellt, dass sie dann einem Treuhänder anvertrauen konnten, um einfach den Betrag zu vermehren, zu investieren. Und alle Probanden, die Oxytocin inhaliert hatten, die vertrauten ihrem Umfeld weitgehend und setzten zum Teil wirklich sehr hohe Summen aufs Spiel. Also signifikant höhere Summen, deutlich höhere Summen und deutlich riskanter als die Testpersonen der Placebogruppe. Es wurde auch in weiteren Experimenten einfach noch belegt, dass Oxytocin uns vertrauensselig macht. Und wenn wir also jetzt nicht allen jetzt Nasenspray austeilen können, wenn wir uns nur digital treffen, dann müssen wir den Menschen einfach eine gute Geschichte erzählen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Vertrauen zu wecken und genau auch dadurch dazu sorgen, dass bei dem Gegenüber Oxytocin ausgeschüttet wird. Wir verstehen in unserer Welt also alles durch Geschichten. Unser Gehirn liebt Geschichten und schüttet entsprechend Hormone aus. Und da will ich jetzt hier ganz kurz noch, weil die Zeit schon davon rast, nur schnell darauf eingehen, wie Geschichten aufgebaut sind. Weil ich einfach glaube, dass diese Grundlagen einfach entscheidend sind, um ins Handeln zu kommen. Wenn wir uns die konstitutiven Elemente in der Story anschauen, dann ist es wirklich so super banal, dass es gewisse Grundelemente gibt, die in jeder Geschichte vorkommen. Es gibt immer wiederkehrende Akteurinnen, wiedererkennbare Charaktere, die den berechenbaren Handlungsspielraum haben. Also diese Personen müssen sich in einem Umfeld bewegen, das wir einschätzen können als Zielgruppe. Jede Geschichte findet in grundlegenden Sinndimensionen statt, also braucht Ort und Zeit. Und ganz wichtig, jede Geschichte hat zwei semantische Räume, die klar voneinander getrennt sind. Das können topografische Räume sein, das können aber auch ganz konkrete reale Räume sein. Also es kann das Leben auf dem Land sein, das können aber auch verschiedene politische Einstellungen sein. Und eine Geschichte kommt dann zustande, wenn eine Person, wenn ein Akteur einen Wechsel der Räume durchlebt und dadurch durch dieses Ereignis ein Konflikt entsteht. Also wenn quasi diese Regeln, diese in diesen Räumen gelten, aufeinandertreffen, wenn dadurch ein Konflikt entsteht. Wenn wir uns die verschiedenen Strukturprinzipien anschauen einer Geschichte, dann sind es einfach die, nach denen diese Elemente bei einem Storytelling zusammengesetzt werden. Jede Geschichte braucht eine Chronologie und eine Kausalität. Also wenn wir jetzt schauen, dass die Grundelemente von Geschichten Ereignisse sind, dann sind seriell aneinandergereihte Ereignisse eben noch keine Geschichte, sondern nur ein Geschehen. Also erst wenn die Zusammenhänge in der Geschichte dann eben auch kausal zusammenhängen, dann kann man von einer Geschichte sprechen. Und ein sehr, sehr bekanntes Beispiel ist es, dass man sagen könnte, der König starb und dann starb die Königin. Also das ist Zustand A und Zustand B. Das ist noch keine Geschichte. Wenn wir aber sagen, der König starb und dann starb die Königin vor Schmerz, dann haben wir so eine Mitte, dann haben wir eine Transformation. Wir bringen Zustand A und Zustand B zusammen und erhalten dadurch eine kausale Kette und dadurch auch eine Geschichte. Wenn ihr eine Sache mitnehmt für Storytelling, dann wirklich die, dass das super, super basic ist. Wir brauchen in jeder Geschichte diesen Ausgangszustand. Wir brauchen einen Konflikt, eine gewisse Transformation und einen Endzustand. Also Einführung, Komplikation, Auflösung. Und aus den logischen Verknüpfungen der Ereignisse ergibt sich die Dramaturgie von der Geschichte. Also der dramaturgische Bogen, der ist letztlich dafür verantwortlich, dass wir einer Geschichte auch von Beginn bis zum Ende auch folgen. Dass die erstmal überhaupt von Beginn zu Ende führt und dass es für uns auch interessant bleibt. Und dafür möchte ich euch ganz kurz einen Film zeigen. Jetzt muss ich mal ganz kurz checken, ich habe der Ton ist freigegeben. Einen Film zeigen, anhand dem ich euch dann im Nachgang ganz kurz einmal die Heldenreise vorstellen möchte. Ich möchte gerne IT studieren. Also bis ich auf SocialBI gekommen bin und es ist danach sehr toll gelaufen. Ich denke, dass meine Kollegen meine Meinung von ehrlich zu sein. Meine Energie. Meine Hilfe von NIST. Meine Wachstum. Meine Wachstum. Und mein Wachstum auch. Bei einem Zettel auf dem Tour steht SocialBI auf Arabisch. Wenn du suchst Arbeit, Deutschkurs oder sowas, wir können dir helfen, einfach anrufen WhatsApp. All die Wachstum hier sind Freunde für mich. Das ist wie ich sehe. Wenn du hierher kommen, sie begrüßen dich, und sie reagieren dich in eine gute Weise. Ja, Working with SocialBI ist wirklich großartig. Durch SocialBI, connections haben mich in meine Leben. Really? Ich habe SocialBI, ich habe meine Wachstum. Ich habe SocialBI, ich habe meine Wachstum und meine Wachstum gearbeitet. Working with SocialBI ist sehr supportiv. Ich habe meine Kollegen für ihre Wachstum gearbeitet. Für ihre Motivation. Bei dieser SocialBI, für alle helfen wir, egal welcher kommt aus dem Land, egal das für alle. Die hat immer, schick mir eine Nachricht, wie geht's, wenn du etwas brauchst, du brauchst helfen, dann danke. Als ich meinen ersten Job bekommen habe, ja, ich war echt sehr kluglich. Und habe gesagt, endlich kann ich meiner Familie helfen. Der SocialBI ist das Beste. Die hilft, sehr, 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 sehr geholfen. Ich habe SocialBI, ich finde, es ist für mich, es ist für mich, es ist für mich, es ist für meine Familie. Ja. Genau, ein Film für den Integrationsdienstleister SocialBI. Wir haben mehrere Filme für Sie gemacht. Hier war die Zielgruppe, Menschen mit Fluchterfahrung anzusprechen. Also sie abzuholen, sich auch bei SocialBI zu bewerben. Und ich wollte euch diesen Film zeigen, weil die Heldenreise, ich denke, auch die kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele. Ich glaube, es ist mit Abstand die gängigste Dramaturgie, die auch immer überall bemüht wird. Die geht zurück auf den, oder wurde entdeckt von dem Mythenforscher Joseph Campbell. Und das Spannende an der Heldenreise ist, dass er sie ja nicht entwickelt hat, dass es keine Dramaturgie ist, die entwickelt wurde, sondern dass er einfach sehr, sehr viele Mythen und Geschichten und erfolgreiche Erzählungen analysiert hat. Und eben dieses Schemata, diesen Aufbau in allen gefunden hat. Und da man ja sagen kann, okay, das ist einfach eine Grundlage, ein Grundschema, das erfolgreichen Geschichten zugrunde liegt. Und das wollte ich euch gerne an dem Beispiel von SocialBI vorstellen, einfach um zu zeigen, dass es sich auch, ja, dass es auch in so einer einfachen Erzählung, in einfach nur Interviews, eine Heldenreise erzählt werden kann. In unserem Fall, also die Heldenreise startet immer in der bekannten, vertrauten Welt. In unserem Fall sind die Helden, die Heldinnen hier Menschen mit Fluchterfahrung. Die sind auch gleichgesetzt mit der Zielgruppe des Films und die befinden sich in ihrer bekannten Welt, wobei die bekannte Welt in diesem Fall ja einfach eben dann schon Deutschland ist. Allerdings mit der schwierigen Job-Situation. Also da, wenn sie startet die Geschichte, da sind sie, sie tun sich schwer, einen Job zu finden. Und sie hören dann den Ruf des Abenteuers. Also das kann in diesem Fall der Zettel an der Tür sein. Oder es sind Job-Beschreibungen und müssen dann aber im ersten Fall nochmal, im ersten Schritt nochmal von dem Mentor, von der Mentorin überzeugt werden, auch wirklich sich auf die Reise zu begeben in die neue Welt. Und in diesem Fall ist SocialBI die Mentorin, die, ja, zum Beispiel durch diese WhatsApp dann den einen Protagonisten dazu überzeugt hat, sich doch ins Abenteuer zu begeben. Und sie lassen sich also auf das Abenteuer ein. Sie gehen den Job-Integrationsweg mit SocialBI. Die Heldinnen, die finden neue Freunde, neue Unterstützer im Unternehmen. Die gehen natürlich auch feind nach Herausforderungen. Und letzten Endes bekommen sie aber das, verändern sich selbst und bekommen das, was sie einfach, was sie sich gewünscht haben und können damit auch eben zurückkehren in ihre quasi vertraute Welt, die sich allerdings dadurch verändert hat und sie sich selbst auch verändert haben. Also sie bringen das Neue in die vertraute Welt, die sich damit ändert. Und das, dieses Grundschemata der Heldenreise, die eben auch diese verschiedensten Akteurinnen wieder hat, ganz wichtige Rolle eben die Mentorin, die kann für sehr, sehr viele Geschichten einfach in auch, ja, einfacher abgespeckter Variante eingesetzt werden und dadurch erfolgreiche Geschichten zu erzählen, die einfach, ja, die Zuschauer auch bannen und in den Bann ziehen und, ja, die Aufmerksamkeit halten. Jetzt haben wir die Grundelemente und Strukturprinzipien von der Geschichte uns ganz, ganz kurz angeschaut und in Kombination von diesen beiden Bestandteilen kann eine Geschichte eben eine zentrale Botschaft, auch eine spannende Weise im besten Fall vermitteln. Also eine Botschaft ist dann ganz einfach nur eine Beschreibung von Erlebnis- oder Handlungsmuster, die in einer bestimmten Situation erfolgreich waren. Also hier bei Social Bee ist die ganz klare Botschaft, dass es sich lohnt, den Kontakt zu Social Bee aufzunehmen, weil dieses Handlungsmuster zu dem Erfolg geführt hat, jetzt eben sein Leben verändert zu haben und auch die Familie unterstützen zu können. Und das ist diese eine Botschaft, die Social Bee hier eben auch an die Zielgruppe ausschicken wollte. Und wenn ihr auch an eurer Geschichte arbeiten wollt, wir haben dafür ein Worksheet erarbeitet, das wir euch gerne im Nachhinein, wenn ihr das möchtet, auch zur Verfügung stellen könnt. Da kann super, super einfach, am besten Fall drückt man sich das groß aus, super, super einfach die einzelnen Felder ausgefüllt werden und man kann einfach mal damit spielen, wie man denn die einzelnen Rollen besetzt. Man kann die auch hin und her kleben und kann damit eine Geschichte immer auf sehr unterschiedliche Art und Weise erzählen und kann die Geschichten auch dementsprechend einfach immer an die Zielgruppen neu anpassen und schauen, wenn man eine neue Zielgruppe erreichen möchte, dann müsste man vielleicht auch andere Helden, andere Heldinnen einsetzen und kann hier Stück für Stück sich Schritt für Schritt der eigenen Geschichte nähern. In dem Schritt 3 hier unten haben wir das nochmal festgehalten, dass es einfach auch verschiedene Elemente gibt, die Wirkungspotenzial von der Geschichte deutlich steigern. Und da möchte ich ganz kurz hier jetzt nochmal drauf eingehen, auf diese Elemente in der Kürze der Zeit, aber auch nur hier in diese Übersicht. Also eine Geschichte oder eine gute Geschichte, vor allem wenn es darum geht, Transformationsgeschichte zu erzählen, braucht immer einen Hook. Also kann man sich die Frage stellen, ob unsere Geschichte, unsere Story einen aufmerksamkeitsstarken Hook hat und vor allem ist dieser Hook, dieser Haken von der Zielgruppe aus erdacht. Also man sollte sich immer überlegen, man sollte sich an diesem Sprichwort orientieren, dass der Fisch, der der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht der Anglerin. Also es ist super, super wichtig, sich erstmal anzugucken, wen wollen wir denn erreichen und was ist für diese Person in einer aktuellen Situation, in der sie sich befinden, wo wir sie erreichen, überhaupt interessant. Warum sollten sie unserer Geschichte folgen, uns Aufmerksamkeit geben und damit die anderen Themen aktuell keine Aufmerksamkeit geben. Dann braucht eine Geschichte immer Menschlichkeit. Also es ist ganz entscheidend die Frage, ob sich die Zielgruppe mit den Charakteren der Story identifizieren kann. Und da, auch das ist nicht allgemeingültig, aber es bietet sich sehr häufig an, wenn man denn eine Heldenreise macht, dass man dann natürlich auch schaut, wie kann man denn die Zielgruppe in die Rolle des Helden bringen? Wie kann man als Unternehmen vielleicht die Kunden in die Rolle des Helden bringen? Und auf gar keinen Fall und im besten und in den seltensten Fällen sich selbst in die Heldenrolle stecken, sondern eher vielleicht in die Mentorinnenrolle, die ja dann die Helden ins Handeln bringt und sie dabei unterstützt, die eigenen Ziele zu erreichen. Dann braucht eine Geschichte handlungsorientierte Emotionen. Bringen wir Menschen mit unserer Geschichte ins Tun? Und da ist ganz wichtig, auch dieses Handlungsorientierten, diesen Zusatz eben mitzudenken. Also rein Emotionen allein werden nicht dabei helfen, Menschen ins Tun zu bringen. Und das ist gerade, wenn man sich das Kommunikation vielleicht auch zu Klimathemen anschaut, in den letzten Jahrzehnten häufig sehr, sehr schief gegangen. Also wenn wir nur über Emotionen versuchen zu punkten, aber Menschen nicht diese Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, dann lassen wir unsere Zielgruppe häufig ja auch mit einem gewissen Ohnmachtsgefühl zurück und sie wissen überhaupt gar nicht mehr, was sie jetzt machen sollen. Und wahrscheinlich ist eher sogar genau das Gegenteil als das gewünschte dann das Ergebnis. Jede Geschichte braucht eine Dramaturgie. Wir müssen uns überlegen, ob wir die Zielgruppe mit auf eine Reise nehmen, ob wir auch wirklich die Aufmerksamkeit bis zum Ende aufrechterhalten. Also ein gutes Story-Design ist so gestaltet, dass wir die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erlangen, sie halten und dann am Ende die Zielgruppe dafür auch belohnen. Jede Geschichte braucht einen Konflikt. Also wir müssen uns wirklich die Frage stellen, ob wir einen Mut haben auch zur Radikalität und zu Kontrast und ob wir Konflikte miterzählen. Eine Geschichte ohne Konflikt ist keine Geschichte. Und wenn wir uns hier nicht trauen, auch wirklich in den Konflikt zu gehen und den auch auszuarbeiten, dann wird es keine spannende Geschichte geben. Also auch da nochmal, jede Geschichte hat immer eine Ausgangssituation, dann diesen Konflikt und den Endzustand. Das ist super basic. Bevor man sich mit anderen Methoden beschäftigt, finde, sollte man immer sich diese Frage stellen, habe ich einen Ausgangszustand? Was ist mein Konflikt? Welche Veränderung wird durchlaufen? Und was ist der Endzustand? Ohne Konflikt keine Geschichte. Ein ganz, ganz großer Punkt, vor allem, wenn es darum geht, Transformationsgeschichten zu erzählen, ist das berühmte Wort Authentizität, also Ehrlichkeit. Lassen wir die Politur weg, erzählen wir ehrlich, kommunizieren wir authentisch und vor allem in dem Moment, wo wir authentisch und ehrlich kommunizieren, dadurch ja eben auch glaubwürdig. Und da ist auch wieder dieser Punkt mit, wo die Konflikte wieder reinkommen, erzählen wir auch Hürden mit, erzählen wir auch Schwierigkeiten mit, die sich vielleicht bei uns in den Weg gestellt haben, gehen wir auch offen damit um, um im besten Fall vielleicht im nächsten Schritt ja auch in den Dialog zu gehen. Also diese Frage eröffnet eine Geschichte, die wir erzählen, auch Dialoge, eben auch zu kritischen Themen, denen wir uns dann eben auch stellen wollen. Und ganz am Ende, diese Frage nach dem Lerneffekt, jede Geschichte, da sind wir wieder, braucht eine Ausgangssituation, eine Transformation und einen Endeffekt, einen Endzustand, also diesen Lerneffekt, schaffen wir das bei der Zielgruppe, einen Aha-Moment zu gewinnen. Also kann unsere Zielgruppe was lernen? Weil das ist, was uns Menschen, unser Gehirn ja eben auch antreibt, wofür unser Gehirn uns belohnt. Wir lernen super gerne. Und wenn wir etwas lernen können, wenn wir merken, dass wir was lernen können, dann bleiben wir eben auch dran und dann folgen wir in der Geschichte auch weiter. Das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber eine Liste an Elementen, die unserer Erfahrung nach in einem guten Story-Design enthalten sein sollten. Und ich bin jetzt hier noch sehr, sehr schnell drüber gegangen. Ich würde euch da, wenn ihr euch dem Thema weiter nähern wollt, zu einladen, an unser digitales Lagerfeuer zu kommen. Wir bieten ein Storytelling-Webinar kostenlos an, in Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Und das sind dann eben eineinhalb Stunden. Ich hatte vorher kurz Panik, weil ich kurz dachte, ich muss um neun schon durch sein. Da ist mir vorher irgendwie kurz die Hutschnur geplatzt fast. Also ich hatte vorher kurz Panik, aber da haben wir eineinhalb Stunden Zeit und können auch deutlich mehr auf die Elemente eingehen, haben dafür auch Praxisbeispiele mit dabei und schauen uns das im Detail nochmal an, wie denn diese Elemente auch denn ja auch mal positiv oder gut umgesetzt werden können, weil man kann einfach sehr gut aus Geschichten des Gelingens, aus anderen Beispielen, aus Best Practices lernen. Zufälligerweise findet dieses Storytelling-Webinar auch heute Nachmittag statt. Also der nächste Termin ist heute kurzfristig um 14.00 bis 15.30 Uhr. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dazukommen, müsst euch gar nicht mehr registrieren, sondern könntet auch über forster.de slash startwebinar kommen. Das nächste Webinar ist am 15.05. und da könnt ihr euch einfach mal über unsere Website anschauen, wenn es für euch in irgendeiner Form interessant ist. Oder wenn ihr interessiert daran seid, eure Geschichte weiter auszuarbeiten, kommt direkt einfach gerne mal direkt auf mich zu. Ich freue mich auch auf den Austausch jetzt im Weiteren und wir können im gemeinsamen Termin einfach schauen, was wir gemeinsam an großen Dingen erreichen wollen. Und Alessandra hat For Story zu Beginn schon vorgestellt. Ich habe jetzt super viel über mich erzählt. Ich möchte aber ganz gern auch noch ganz kurz die Agentur vorstellen. Wir sind Agentur für Film und Storytelling mit dem Ziel, mit dem großen Ziel, Menschen zu inspirieren. Und wir haben uns hier vor kurzem, ich bin jetzt nicht für Präsentation optimiert, aber vor kurzem noch mal intensiv mit unserem Purpose beschäftigt. Und wir haben für uns ausgearbeitet, dass wir Menschen zuhören. Die ganze Grundlage für Storytelling ist Storylistening. Und dass wir Geschichten sichtbar und erlebbar machen. Wir glauben an die transformative Kraft von Geschichten, ganz einfach, weil unser menschliches Gehirn die Welt in Geschichten wahrnimmt. Wenn wir die Welt verändern wollen, brauchen wir neue Geschichten. Und mit diesen Geschichten gestalten wir eine lebenswerte Zukunft, die geprägt ist von Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Gemeinwohl. Wir sind Filmagentur. Also unser Schwerpunkt liegt auf der Produktion von Realfilm. Können aber auch im Endeffekt jede Form von Film mit anbieten, auch Livestream, auch Lernvideos, also wirklich alles, was irgendwie mit Bewegtbild zu tun hat. Wir selber sind, ich habe es zu Beginn auch schon mal gesagt, Social Business, oder sind als Social Business gestartet. Und neben unserer Arbeit als Agentur verfolgt unsere gemeinnützige Tochtergesellschaft, die Impact Film GmbH, eben dieselbe Geschichte, dieselbe Mission wie Forstory, Menschen zu nachhaltigem Denken und Handeln inspirieren. Und mit der EGmbH haben wir ein Festival ins Leben gerufen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen. Und genau, wir sind, das hat auch Alessandra zu Beginn schon genannt, selber Gemeinwohlökonomie-Bilanzierendes Unternehmen, sind jetzt momentan, haben die erste Bilanz 2021 gemacht und sind jetzt dabei, uns über die Re-Bilanzierung Gedanken machen. Nee, 2022 haben wir jetzt das erste Mal bilanziert. Das kann vielleicht der Tobi noch mal genauer sagen, der auch hier mit der Runde drin ist. Wir sind jetzt gerade dabei, uns mit der Re-Bilanzierung zu beschäftigen. Ganz zu Beginn hat Alessandra es auch eingeleitet, dass wir einmal darüber sprechen wollen, was das Ganze denn, dieses Thema, über das wir jetzt gesprochen haben, Storytelling, Geschichten erzählen, überhaupt auch mit der GWÖ-Matrix zu tun hat. Und da würde ich sagen, ganz grundsätzlich würde ich Storytelling oder größer gesagt Narrativ in Methoden nie eben als ein einzelstehendes Tool irgendwie verstehen, sondern eher als eine Grundhaltung, die Grundmethode, die in fast allen Bereichen der Matrix relevant ist. Und wenn es aber um das ganz konkrete Erzählen von Geschichten geht, dann bewegen wir uns auf Unternehmenssicht, aber meistens ja dann schon in der Berührungsgruppe D, also der Kundinnen, also wenn es darum geht, wir wollen neue Kundinnen gewinnen, dann bewegen wir uns auf dieser Mikro-Ebene aus Unternehmenssicht in der Berührungsgruppe D. Und aber da bin ich vorher kurz darauf eingegangen, übergeordnet auf jeden Fall auf der Makro-Ebene in der Berührungsgruppe D, also das gesellschaftliche Umfeld, dass vor allem dann, wenn es darum geht, dass wir mit vielen neuen Geschichten ein neues Narrativ mitschreiben wollen und wegkommen von unserem immer noch vorherrschenden Narrativ der ökonomischen Sinnstiftung, das ja irgendwie so diesen Grundtenor verfolgt, mehr ist immer besser als weniger und mit dem wir Nachhaltigkeit sehr schlecht erzählen können, mit dem wir auch soziale Themen sehr, sehr schlecht erzählen können und das einfach eine Ergänzung braucht um neue Narrative und ja, eine Ergänzung braucht um einen GWÖ-Narrativ. Vielen Dank euch dafür, für die Zeit, fürs Zuhören. Ich würde jetzt, ja, bin hier am Ende angekommen mit der Einordnung auf der Gemeinwohlmatrix und freue mich auf eure, auf ihre Fragen.